Ich zeige euch heute den Anwendungsbereich von diesem Sandstahlgerät RONDOFLEX bei uns in der Praxis. Ursprünglich hatten wir das gekauft für die Reparatur von Keramikflächen und dann haben wir so sukzessive festgestellt, wir können das noch für ganz viele andere Anwendungsbereiche auch verwenden. Punkt Nummer eins wäre einmal einfach das Strahlen von jeglichen Flächen, die später adhesiv geklebt werden sollen, ob das jetzt mit Füllungen oder mit Kronen ist es egal. Was ich persönlich für mich noch festgestellt habe, Trepanations-Kavitäten nach Wurzelfüllung, wo ein bisschen Sila hängt, kriege ich damit super gut sauber. Im vorhandenen Fall haben wir einen Zahn mit einer kleinen Füllung, kleine Spaltbildung. Wir haben gemeinsam mit der Patientin besprochen, das ganze möglichst minimalinvasiv zu reparieren, also bedeutet nicht die komplette Austausch der Füllung, sondern einfach nur eine kleine Reparatur. Haben wir den Zahn dann entsprechend Kofferdamm angelegt für die Isolation. Sieht man jetzt hier auch schön den Spalt und dann machen wir uns daran, das ganze klein, wirklich nur klein aufzuziehen. Dann ungefähr zehn Sekunden mit einem 27 µ RONDOFLEX, das anzustrahlen. Danach kommt die ganz klassische Adhesiv-Technik. 30 Sekunden Schmelz-Ätzung, 15 Sekunden Dätin-Ätzung, Primer, Bonder, OptiBond FL in diesem Fall und danach machen wir uns an die Füllung mit Filtec. Das ganze einmal poliert, Okklusionskontrolle. Und dann ist das Ganze super schnell minimalinvasiv gepflegt ohne kompletten Austausch der Füllung. Und die Patientin ist damit danach super schnell zufriedengestellt ohne großen Aufwand. Was für mich so eindrücklich an diesem RONDOFLEX und eventuell auch so ein bisschen ein Game Changer ist, dass ich wirklich sehr plakativ sehe, wie Oberflächen richtig sauber werden. Ich habe den Stumpf, wo vorher vielleicht noch ein bisschen provisorischer Zement hängt. Den kriege ich damit super sauber. Ich trockne den und dann habe ich eine komplett matte Oberfläche. So eindrücklich habe ich das eigentlich mit nichts anderem und kann das entsprechend halt ewig ausweiten. Alles, was im Prinzip adhesiv beklebt werden soll. Überall dort kann ich RONDOFLEX verwenden, um die Oberfläche vorher sehr sicher, einfach, schnell, sauber zu bekommen. Aus genannten Gründen möchte ich das RONDOFLEX in meinem täglichen Arbeitsleben nicht mehr missen und kann das nur vom reinsten Herzen eigentlich jedem empfehlen.